Hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Heute haben wir ja beides. Wir machen ja das erste Mal auch eine Videoaufnahme zu unserem Podcast. Das bietet sich bei diesem Thema an. Aber wenn Sie Zuhörer sind, seien Sie völlig unbesorgt. Es passiert nichts. Sie werden alles erklärt bekommen. Man kann sich die Videos anschauen, man muss es nicht. Aber wir begrüßen Sie zu der mittlerweile vierten Folge von Brandschutz Live. Hallo Eugen, ich hoffe, dir geht es gut und du bist genauso motiviert wie ich. Hallo Carsten, ich bin motiviert, alles bestens vorbereitet. Ich freue mich auf die Folge. Genau, wir haben was vorbereitet und zwar ein etwas anderes Thema. Heute wollen wir uns ja mal um Brandereignisse kümmern, die ein gewisses Lesson Learned bieten. Was hast du uns vorbereitet, Eugen? Ich habe ein Brandereignis aus Russland mitgebracht. Das Gebäude hieß Winterkirsche und ich werde darüber berichten, wie das stattgefunden hat, was dort passiert hat und vor allem, was man daraus lernen kann. Was hast du mitgebracht? Ich habe das relativ bekannte Feuer, das Station Nightclub Feuer aus den USA mitgebracht. Das ist ja sicherlich in Fachkreisen nicht gänzlich unbekannt, weil es einfach extrem gut dokumentiert ist und deshalb einen sehr, sehr hohen Lehrwert hat für uns alle als Brandschützer. Also auch ähnlich wie du ein Ereignis, was uns anregen sollte, manche Dinge mal kritisch zu hinterfragen. Genau, das ist der Fall und wir sollten direkt starten. Ich denke, bei diesen zwei großen Themen, da werden wir auch Zeit brauchen, da verzichten wir auch mal auf die News. Absolut und ich denke mal, wir sollten noch vorweg schicken, es geht uns eben in keinster Weise darum, hier einen Voyeurismus zu frönen oder ähnlichem, sondern wir wollen wirklich mit Ihnen gemeinsam diskutieren, hinterfragen, warum es soweit kommen konnte. Wir richten uns ja auch im Wesentlichen mit unserem Podcast an einen gewissen Fachkreis von Menschen und da sollte man dann auch über solche Ereignisse sprechen dürfen und ich glaube, wir müssen es vor allem. Es hört sich jetzt pathetischer an, als es vielleicht von mir gemeint ist. Wir sind es eigentlich auch denen, die dort verunglückt sind, schuldig, dass wir gucken, dass es nicht nochmal passiert. Denn ich weiß nicht, wie viele Tote gab es bei deinem Brandereignis, das ist ja auch eine erhebliche Zahl gewesen. Es gab 60 Tote dort und genau das, was du sagst, davon alleine 37 Kinder und das sind wir den Opfern einfach schuldig, dass das aufgearbeitet wird und dass vor allem die Fachwelt daraus lernt und hilft, diese Situation zu vermeiden, dass es erst gar nicht zu so etwas kommt. Absolut, genau. Beim Station Nightclub Fire waren es ja insgesamt 100 zu Tode gekommene und eine ganz erklägliche Zahl von Menschen, die sehr, sehr schwer verletzt ist. Wenn man sich Videoaufnahmen heute anguckt, sieht man teilweise, dass die extrem von den Verletzungen gezeichnet sind. Also das ist schon extrem schlimm gewesen, was dort abgelaufen ist. Wie wollen wir loslegen, Eugen? Starte ich? Startest du? Starte du. Gut, dann machen wir das Ganze mal. Ich beziehe mich auf dieses Brandereignis. Ich blende jetzt für die Zuschauer zumindest mal den Untersuchungsbericht mit seinem Deckblatt ein. Das ist ein Brandereignis gewesen im Station Nachtclub West Warwick, Rhode Island in den USA. Am 20.02.2003 ist dort eine Band aufgetreten, Great White, und die hat circa um 23 Uhr angefangen, ihr Konzert zu spielen. Und ziemlich zeitgleich wurde Pyrotechnik gezündet im hinteren Bereich der Bühne, so diese typischen Sprühfontänen. Und die Rettungskräfte waren sehr, sehr schnell vor Ort nach Alarmierung, aber dennoch ist es, wie ich schon sagte, zu 100 Toten und 230 teils Schwerstverletzten gekommen. Und damit zählt dieses Unglück zu den größten Brandkatastrophen, die es in den USA gab. Wir gucken gleich nochmal in eine Videodokumentation rein, werden uns ein paar Aspekte angucken, drüber sprechen. Aber man muss die Anzahl der Toten und auch Verletzten sich einfach noch einmal in einem Zusammenhang überlegen, nämlich der Gesamtanzahl der Betroffenen. Es waren 462 Personen in diesem Club anwesend, davon 100 Tote. Dann bin ich ja schon bei 21 Prozent von den Besuchern, die zu Tode kamen. 230 Verletzte, das sind ziemlich genau 50 Prozent der Besucher. Also habe ich 71 Prozent der dort Anwesenden, die zu Opfern wurden. Und es sind nur 132, also circa 29 Prozent der Anwesenden herausgekommen und nicht, zumindest körperlich, verletzt worden. Ich glaube, wenn wir uns auch die Bilder angucken, sicherlich ist jeder der Beteiligten in irgendeiner Form zumindest psychisch verletzt worden. Das Ganze wurde rechtlich aufgearbeitet. Unter anderem ein Toolmanager von der Dorting Bend ist als Hauptverantwortlich für das Abbrennen der Pyrotechnik. Wir werden uns das noch angucken, warum das so wichtig ist. Er ist verurteilt worden zu 15-jähriger Haftstrafe. Davon hat er nachher auch vier Jahre im Gefängnis abgesessen. Ebenso einer der Besitzer, der hat auch einige Jahre dann im Gefängnis gesessen. Und der andere Besitzer hat immerhin eine 13-jährige Bewährungsstrafe bekommen, weil sie einen Dämmstoff verbaut haben, der sehr maßgeblich an der Brandentwicklung beteiligt war. Auch das sehen wir noch. Und dann gab es nachher noch einen außergerichtlichen Vergleich. Dort hat ein TV-Sender 30 Millionen Euro an die Hinterbliebenen und die Opfer gezahlt. In diesem Vergleichsverhandlung ging es darum, dass wohl ein Kameramann, wir gucken uns nachher auch dessen Bilder an, an diesem Abend ein Video gedreht hat vor Ort, einen Film gedreht hat. Da ging es unter anderem um Katastrophen in Clubs. Sehr zynisch, dass es dann auch gleich zu einem solchen kam. Und der hat, auf Deutsch gesagt, mit der Kamera draufgehalten, hat wohl angeblich sogar teilweise Leute mit seiner Arbeit behindert, das Gebäude zu verlassen. Und vor allem hat er keine Rettungsbemühungen unternommen, sondern schön weitergefilmt. Das ist zwar im Nachhinein für die Aufarbeitung des Geschehens sehr hilfreich gewesen, aber natürlich für Menschen, die verunglückt sind, zu Tode gekommen sind. Und bitte, ob er jemanden hätte retten können, das überlasse ich Ihnen. Wenn Sie sich mit dem ganzen Unglück näher auseinandersetzen, wird man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass der hätte nicht viel machen können bei der schnellen Brandausbreitung. Wir haben danach die Möglichkeit bekommen als Brandschützer, dass natürlich grundsätzlich mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen liefen, bei so einer Todeszahl natürlich absolut klar. Aber die amerikanischen Behörden haben durch eine entsprechende Fachkommission, der NIST, sieben Tage nach dem Ereignis begonnen, dieses Ereignis sehr detailliert zu untersuchen. Sie hatten laut ihrem eigenen Bericht im Wesentlichen keinen Zugang zu der Brandruine und so weiter. Deshalb haben sie insbesondere die Videodaten ausgewertet, haben Teile nachgebaut auf Basis von Untersuchungsergebnissen und haben auch Simulationen gefahren. Und dadurch konnten sie im Grunde genommen einen sehr sauberen Bericht, der nach meinem Recherchen auch in der Fachwelt jetzt nicht groß kritisiert wurde, in Details wie immer, Wissenschaftler halt, aber im Großen und Ganzen akzeptiert wurde, fertigen. Das Gebäude, von dem wir hier sprechen, wir kommen jetzt mal so Richtung der Details des Brandablaufs, ist ein eingeschossiger Holzrahmenbau mit einer Grundfläche von 412 Quadratmetern. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir 462 Personen dort drin hatten, haben wir auch eine Belegungsdichte, die wohl, naja, ich habe mal grob das überschlagen, bei 0,5 Quadratmetern pro Person ist, also schon ganz ordentlich. Und wir haben dort in diesem Bereich, in diesem ganzen Club, einen großen Raum, der mit den entsprechenden Personen gefüllt war, eine Bühnenbereich. Das war jetzt nicht mal eine richtig abgeschlossene Bühne, sondern das war so ein Bühnenbereich. Und hatten mehrere Ausgangsbereiche. Einmal direkt an der Bühne, dann den Haupteingang, durch den die Leute vorher auch, also die Gäste zumindest vorher, in die ganze Anlage reingekommen sind. Dann gab es noch einen Seitenausgang neben der Bar und einen Ausgang sozusagen für das Personal aus der Küche. Insgesamt ein relativ einfacher Aufbau. Man sieht aber schon hier, dass eine starke Verengung des Ausgangsbereichs dort ist, wo der Haupteingang ist. Da gibt es so eine Art Zwischenflur. Und das wird nachher noch eins der Probleme sein. Ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach mal gemeinsam das Video angucken. Das ist wie gesagt eine Aufnahme aus dem Inneren dieser Konzertlocation von diesem WPRI-Kameramann aufgenommen. Und das werden wir auch noch mal in den Shownotes mit verlinken. Da gibt es gewisse Zeitpunkte, die wichtig sind für den Brandverlauf als solches. Das Relevante des Videos fängt bei 13 Sekunden an. Und zwar wird dort die Pyrotechnik gezündet. Man sieht es. Wir spielen das Ganze jetzt hier ohne Ton ab. Es gibt ein paar Sachen, die tonmäßig relevant sind. Die werde ich dann beschreiben. Da hinten sind drei Sprühfontänen am hinteren Ende der Bühne. Und die sprühen halt erheblich Flammen. Wenn man jetzt guckt, sind wir bei ungefähr 10 Sekunden Sprühdauer. Und man sieht die ersten Bereiche, wo eine Isolierung, die dort an der Wand ist, Feuer fängt. Diese Isolierung besteht aus einem Polyurethanschaum, der dort aufgeklebt wurde. Und im Grunde genommen ist es das, was jeder kennt, was so benutzt wird, um zum Beispiel Proberäume von Benz zu dämmen. Also wirklich ein luftiger PU-Schaum als Mattenmaterial. Und der wurde offensichtlich auf diese Holzwandkonstruktionen aufgeklebt. Also nach ungefähr 23 Sekunden haben wir den Brandüberschlag von diesem sehr heißen Funken aus der Pyrotechnik, die nach dem Untersuchungsbericht eigentlich auch für den Innenbereich gar nicht zugelassen war, diese Pyrotechnik. Auf die Wandkonstruktion. Weitere 10 Sekunden später kann man sehen, dass der Kameramann schon offensichtlich ein bisschen unruhiger wird, erschwenkt. Und dann ist schon im hinteren Bereich der Bühne eine ganze Menge an Material am Brennen. Da ist im Grunde genommen schon wirklich das Brandereignis da. Es kriegt aber aus dem Zuschauerraum noch keiner so richtig mit. Bei einzelnen Menschen könnte man Handbewegung drauf so interpretieren, als ob sie darauf zeigen würden. Aber das ist reine Mutmaßung. Die Band hat das offensichtlich noch gar nicht richtig mitbekommen. Die spielt fröhlich weiter. Es ist sehr laut. Und sehr laut bedeutet natürlich, die Menschen sind auch in ihrer Kommunikation untereinander stark eingestrengt. Das haben wir bei roundabout 32 Sekunden. Wenn wir jetzt auf 41 Sekunden weitergehen, sieht man auf den Aufnahmen schon eine nicht unerhebliche Verrauchung unter der Decke des Gebäudes. Also dieses Polyurethan verbrennt mit einer sehr, sehr starken Rauchausbeute. Und der Kameramann fängt auch an, sich zurückzuziehen. Ich gehe mal davon aus, dass der im Gegensatz vielleicht zu den anderen Besuchern nicht im Rausche der Musik war, dass der möglicherweise auch nicht alkoholisiert war wie Gäste, die dort mit Bierflaschen usw. stehen und offensichtlich die Gefahr deutlicher erkennt. Nach 43 Sekunden, also nahezu zeitgleich, sieht man, dass auch Teile des Publikums anfangen, sich umzudrehen und zu dem rückwärtig gelegenen Ausgang zu strömen. Relativ interessant ist, dass man festgestellt hat, dass der allergrößte Teil der Besucher wirklich den Eingang wieder als Ausgang nutzen wollten, den sie beim Betreten des Objektes gewählt haben. Das ist ja hinlänglich bekannt, hat sich hier bewahrheitet, genau dasselbe verhalten. Man sieht, der Kameramann zieht sich dann zurück. Leute fangen an, sich umzudrehen langsam und ebenfalls Richtung des Ausgangs zu gehen. Es gibt dann auch Handzeichen zum Beispiel, wo man feststellen kann, dass die zum Gehen auffordern. Nach 50 Sekunden sieht man im Hintergrund schon richtig Feuerschein im Bereich der Bühne. Und zwar gar nicht mehr auf der Seite der Bühne, wo das Brandereignis ausbrach, sondern schon rüber auf die andere Seite. Also offensichtlich, die Bühnenrückwand ist großflächig schon in Brand geraten. Nach 50 Sekunden bricht die Musik ab und man hört einen Feueralarm. 50, 55 Sekunden. Und es baut sich nach, wie gesagt, 55 Sekunden ungefähr schon ein Druck auf, auf den Bereich des entsprechenden Notausgangs. Wir sind jetzt ziemlich genau 30 Sekunden, nachdem das Feuer auf die Verkleidung übergesprungen ist. Der Kameramann zieht sich zurück, filmt nach hinten, rein wissenschaftlich gesehen natürlich sehr hilfreich, dass er das gemacht hat. Aber natürlich ein Desaster. Es brennt zwischenzeitlich dort komplett. Ab ungefähr einer Minute 15 hört man auch ganz klar richtige Panikschreie. Also wo Leute nicht nur schreien raus, raus, sondern wo man wirklich hört, dass die in tiefster Panik sind. Und nach ungefähr einer Minute 18 des Videos, also 40, 45 Sekunden, nachdem der Brandüberschlag von der Pyrotechnik auf die Verkleidung der Wände stattgefunden hat, ist der Kameramann in diesem Zwischenflur, diesem Ausgangsbereich. Und es gibt zu dem Zeitpunkt schon einen Rauchübertrag in diesem Bereich. Noch nicht stark, aber er ist erkennbar an der Decke. Rauch wird mitgezogen, mal mindestens durch die Leute. Das ist ja auch erklärlich. Klar, die Leute bewegen ja Luft, wenn sie entsprechend gehen und ziehen natürlich auch mindestens mal Rauch mit. Und der dringt da ein. Ab Video Minute 1,25 sieht man das dann schon im Bereich des Notausgangs, also ehemaligen Haupteinganges, eine deutlich stärkere Verrauchung ist. Es ist dann ungefähr eine Minute seit Brandausbruch. Falsche Baustoffe offensichtlich gewählt, extreme Rauchausbeuten. Und die Personendichte nimmt dort zu. Und nach Video Minute 1,32 ist der Kameramann außerhalb des Gebäudes angekommen. Und man erkennt dann relativ schnell, dass die Panikstreile lauter werden, obwohl er außerhalb des Gebäudes ist. Und bei Video Minute 1,35 wir sind jetzt also ungefähr ja eine Minute wirklich nach dem Ende der Pyrotechnik und eine Minute 10 nach Überschlag filmt er einen hinteren Teil des Gebäudes, dort wo die Bühne ist und dort ist schon Feuerschein oberhalb des Gebäudes zu erkennen. Also da hat das schon sehr, sehr, sehr schnell auf die Holzkonstruktion übergegriffen. Aus Fenstern und Ritzen des Gebäudes dringt schwarzer, tiefschwarzer Rauch. Und nach 1,55 und das soll jeder für sich selber wissen, ob er sich das wirklich anguckt, sieht man Menschen, die im Haupteingang auf dem Boden übereinander liegen bis zu ich würde mal sagen Hüfthöhe bei einem ausgewachsenen Mann, liegen Menschen übereinander und können nicht mehr vor und zurück und damit ist dieser Ausgang ausgefallen, den alle genutzt haben. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt wird es nach dem Bericht zu massiven Toten gekommen sein. Nicht alle sind eben durch den Brand unmittelbar zu Tode gekommen. Es gibt dann noch relativ hilflose Versuche der Fremdrettung, dass Menschen, die schon draußen sind, versuchen, die Leute dort herauszuziehen, aber es dringt massiv tiefschwarzer Rauch über diesen Tropfen aus Menschen, der sich dort in der Tür gebildet hat, Rauch heraus, sodass auch die Leute, die dort versuchen zu helfen, sich massiv selbst gefährden. Das ist also keine Selbstrettung mehr, keine Fremdrettung mehr, die unproblematisch ist, sondern da ist schon ein hohes Maß an Selbstgefährdung dabei. Aber gut, als Mensch wird man das wahrscheinlich versuchen, weil man sieht dort im Zweifel Menschen sterben. Und das Ganze geht weiter, wenn man sich dann Filmminute 255, 259 irgendwo anguckt, sieht man, dass dort Leute rauskommen aus dem Gebäude, die offensichtlich sehr, sehr viel Rauchgase eingeatmet haben. Die haben also diese typischen Rauchspuren im Gesicht und sieht auch, dass dieser Rauchaustritt aus dem Gebäude wirklich extrem ist im Bereich dieser Eingangstür. Ich glaube nicht, dass da noch eine ernsthafte Überlebenschance im Bereich des Eingangs überhaupt gegeben war. Und kurze Zeit später, da ist das Videomaterial geschnitten, deshalb kann man die Zeit nicht 100% genau mehr abschätzen, ist das Gebäude im Vollbrand. Man sieht aber hier auch im Hintergrund, dass da offensichtlich Löschwasserstrahlen sind. Also das wird dann schon ein paar Minuten später gewesen sein. Die Feuerwehr war ja extrem schnell da. Dieses Videomaterial ist, wie ich schon sagte, für uns natürlich extrem hilfreich, um so ein Brandereignis zu analysieren. Wer ein bisschen zarter beseitet ist, sollte sich überlegen, ob er sich das anguckt. Das ist hart. Die offiziellen Untersuchungsergebnisse haben klargestellt, um 23.08 Uhr das Feuer durch die pyrotechnischen Elemente ausgelöst wurde. Um 23.09 Uhr ist der Notruf 911 gewählt worden. Um 11.10 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden über die Leitstelle. Um 23.13 Uhr ist die erste Löscheinheit vor Ort gewesen. Also wirklich extrem schnell. Kleiner Ort und so weiter. Und um 11.20 Uhr also ungefähr zehn Minuten nach Absetzen des Notrufes sind die Löschmaßnahmen losgegangen. Und um 11.23 Uhr hat der erste Feuer Chief, also der Einsatzleiter dann vor Ort den Massenanfall Verletzter ausgerufen, würde man es in Deutschland nennen. Und wiederum knapp zehn Minuten später ist es zu richtig einer vollen totalen Brandausbreitung gekommen. Und insgesamt dann nochmal 45 Minuten später ist das Gebäude eingestürzt. Also dementsprechend da war dann nichts mehr möglich und das ist einfach eine extrem schnelle Brandausbreitung gewesen. Das Ganze wurde, wie ich bereits sagte, recht ausführlich untersucht durch die Untersuchungskommission. Da gibt es dann unter anderem Untersuchungen dazu, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, wie hätte man es auch besser machen können. Warum die Leute zu Tode gekommen sind, ist relativ einfach. Falsche Baumaterialien verwandt, Pyrotechnik unqualifiziert verwandt in dem Objekt. Die Notausgangssituation war nicht richtig und es gab keine Verfahrensweisen, die sichergestellt hätten, den Entstehungsbrand schnellstmöglich zu bekämpfen. Also es hat ja keine selbsttätigen Löschanlagen gegeben, die dort wirklich direkt gewirkt hätten, aber es hat auch so keine Löschversuche gegeben, was aber denke ich mal mit dem Feuerlöscher auch bei der schnellen Brandausbreitung nicht funktioniert hätte. Und daraufhin hat die NIST zwei Versuchsaufbauten gemacht, mit eben genau solchem Isoliermaterial und einer Zündquelle aus Pyrotechnik und hat einmal ein Video dazu gemacht und eben auch weitere Untersuchungen wissenschaftlicher Art, dass was passiert, wenn ich ohne Sprinkler diese Situation habe und wenn ich sie mit Sprinkler habe. Und man sieht einen massiven Vorteil, wenn das Ganze gesprinkert wird. Die Videos werden wir verlinken und man sieht vor allem auch, die haben dann entsprechend auch berechnet, sind ja maßgeblich an der Entwicklung von FDS beteiligt, wäre ja komisch, wenn die nicht gerechnet hätten, dass man deutlich unterschiedliche Temperaturverläufe hätte. Das werde ich mal für die Zuschauer kurz einblenden, für die übrigen Zuhörer werde ich es kurz beschreiben. Und zwar sieht man dort nach 90 Sekunden, dass im Grunde genommen der gesamte Bereich der Bühne und des Hauptzuschauerraums, wo die Menschen standen sehr schnell deutlich oberhalb der für Menschen erträglichen Grenzen erhitzt wurde durch dieses Feuer. Wir haben wie gesagt eine sehr schnelle Brandausbreitung gehabt und da nicht nur dieses Dämmmaterial was gebrannt hat, sondern ein Übergriff auf die dahinterliegende Holzkonstruktion. Und damit war eben nach 90 Sekunden im Grunde genommen, der gesamte Bereich, das ist jetzt hier der Bereich in zwei Fuß Höhe, also 60 Zentimeter Höhe über Boden, das ist ja schon relativ niedrig als Grenze, sehr sehr heiß gewesen. In Teilen haben die dann Temperaturen Richtung 1000 Grad schon ausgerechnet, das wird aber dann nur im Bereich des unmittelbaren Flammenherdes gewesen sein, aber auf jeden Fall deutlich über 100, 200, 300 Grad, je nach Bereich. Und damit ist dieser gesamte Bereich tödlich. Und das ist genau das, was dazu geführt hat, dass die Leute natürlich einen extrem Druck auf die Notausgänge gemacht haben. Dann im Bereich der Notausgänge gab es eine Verengung im inneren Bereich mit einer einfachen Tür. Und dann kamen mehrere Fluchtbewegungen, die relativ schnell abliefen, weil es wurde ja heiß hinter den Menschen sehr schnell, dort zusammen. Und man weiß ja, wenn mehrere Personenströme irgendwo zusammenkommen, führt das tendenziell dazu, dass es dort ein höheres Staurisiko gibt, als wenn es nur per se ein Strom ist mit derselben Menschenanzahl. Und dann hat man halt alternativ gerechnet, hätte gesagt, was wäre denn gewesen, wenn das Gebäude mit einer Sprinklerung versehen worden wäre, was möglicherweise damals auch vorgeschrieben ist. ist, aber da gibt es widersprüchliche Aussagen und wir sind jetzt ja nun nicht die Experten für amerikanisches Bauordnungsrecht. Dann hätte man die Temperaturen, nach den Berechnungen zumindest, in einem erträglichen Bereich halten können. Die schreiben auch an einigen Stellen, man hätte sicherlich das Feuer aufgrund des Dämmmaterials nicht 100% bekämpfen können, ausmachen können sozusagen, aber man hätte es so im Griff behalten können, dass alle Menschen vergleichsweise sicher hätten herauskommen können aus dem Gebäude auf der einen Seite und das Gebäude insgesamt zu erhalten gewesen wäre. Wobei das ist natürlich nur ein Sekundär Ziel. Diese Grafiken werden wir verlinken, die sind auch entsprechend auf der Seite der NIST noch zu finden, genauso wie den Bericht und die Videos. Die Peak-Temperatur haben sie errechnet wirklich mit 1000 Grad, aber selbst die hellblauen Bereiche, wer sich die Grafik mal angucken möchte, ist dann in Bereichen, die schon über 100 Grad Celsius sind, also für Menschen absolut nicht mehr als überlebensfähige Atmosphäre anzusehen. Das ganze Thema hat dazu geführt, dass die NIST Vorschläge unterbreitet hat, denn sie hat ja das Gutachten nicht erstellt, um die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen oder sowas zu ersetzen oder unterstützen, sondern es geht ja dort darum, dass man Verbesserungen herbeiführt. Und dann haben sie einmal gesagt, das ist natürlich ein Thema, was wir vielleicht auch in Deutschland haben, wir mögen gerne mit Ihnen kontrovers darüber diskutieren, dass bauordnungsrechtliche Vorschriften anzupassen sind, okay, das ist das eine, aber vor allem, dass sie auch durchgesetzt werden. Das war diese Diskussion, hätte da eine Sprinklerung in den Bestand gemusst oder nicht. Weiterhin haben sie gesagt, solche Etablissements müssen, wenn sie neu gebaut werden, einfach weil es heutzutage Stand der Technik ist, müssen mit einer Sprinklerung versehen sein, das wäre notwendig und auch für Bestandsobjekte, die mehr als 100 Menschen beherbergen oder aufnehmen, sollten Sprinklerungen nachgerüstet werden. Dann schreiben sie, dass eben entsprechendes Material, was ein ungünstiges Brandverhalten hat, ein Problem ist und nicht mehr eingesetzt werden sollte. Was ich schon am Anfang sagte, Pyrotechnik ist ein Riesenthema, da schreiben sie natürlich auch, dass das so in der Form, wie es dort eingesetzt wurde, eben nicht möglich ist. Als fünfte Recommendation schreiben sie, dass man gegebenenfalls Besucherzahlen eben limitieren muss und Fluchtkonzepte haben muss, Räumungskonzepte haben muss für solche Einrichtungen. Ein weiterer Hinweis geht in die Richtung der mobilen Löscheinrichtung, wobei, wie gesagt, ich glaube, das macht nur Sinn, wenn die anderen Vorschläge der NIST auch umgesetzt werden. Bei diesem super leicht brennbaren Material macht das einfach keinen Sinn. Ich hatte gestern versucht, mal einfach so ein Schaumstoff Material, wie das auch bei uns handelsüblich ist, anzuzünden und ein kleines Video dazu zu machen. Das Material brennt so verdammt schnell ab, das können sie nicht mal filmen. Dann gibt es noch so ein paar Aussagen, dass man Emergency Response, also die Reaktion auf das Ereignis da noch vielleicht was verbessern kann, aber insgesamt wird der Feuerwehreinsatz als sehr gut bezeichnet. Dann gibt es weitere Sachen noch, dass man da noch mehr forschen soll. Aber es gibt also ganz konkrete Vorschläge und Learnings bezüglich der Baumaterialien, bezüglich der Fluchtwege, inklusive der Personendichten und so weiter. Und natürlich hinsichtlich der hier empfohlenen Anwendung von Löschtechnik. Gleichwohl man nicht eins zu eins die Situation, was das betrifft, auf Deutschland übertragen kann, weil natürlich die Bauweise in diesem relativ einfachen Holzrahmenbau nicht der Bauweise in Deutschland entspricht, also zumindest nicht der normativ geregelten Bauweise. Insgesamt wie gesagt ein grausames Ereignis mit 71% der Anwesenden, die zu Tode gekommen sind oder verletzt wurden. Großteil wirklich sehr, sehr schwer, wenn Sie da sich Videos, Interviews mit den überlebenden Opfern angucken, die bis heute komplett entstellt sind. Das ist schon hart. Also das muss man sagen und ich denke aufgrund der extrem guten Dokumentation dieses Vorgangs, weil man eben professionelles Bildmaterial aus dem Objekt hat, konnte man da so viel rausziehen. Manche Sachen haben unsere Kenntnis bestätigt, Menschen strömen dorthin, wo sie auch das Gebäude betreten haben und andere Dinge zeigen eben ganz klar, vieles ist auch Theorie, dass da wirklich jemand mit dem Feuerlöscher irgendwas macht oder sowas. Nee, dann flüchten die Menschen halt. Ich habe noch eine Anmerkung und zwar im Zuge der Vorbereitung habe ich mich damit auch befasst und habe ein Brandereignis wiederum aus Russland aus dem Jahre 2009 gefunden. Das Brandereignis heißt auf Englisch Lame Horse, so hieß der Club, wo dieses Brandereignis stattgefunden hat, am 5. Dezember 2009. Dort sind 156 Leute zu Tode gekommen und ich sehe sehr, sehr viele Parallelen zu dem, was du jetzt dargestellt hast. Auch dort gab es eine Aufführung und einen Einsatz von sogenannter kalter Pyrotechnik, kalt in Anführungsstrichen. Auch dort wurden leicht entflammbare, leicht brennbare Materialien verbaut, die dann angefangen haben zu brennen. Und wo auch wiederum, da gibt es auch Filmaufnahmen genau von dieser Situation und auch dort waren die Fluchtwege unzureichend. Auch dort sehr schnelle Rauchausbreitung, sehr viele Tote, eben 156 Personen. Ja, also diese Fehler, die dort dokumentiert sind, scheinen immer wieder vorzukommen und aufzutreten. bedauerlicherweise. Ja, was du gerade gesagt hast, kann man an verschiedenen Stellen immer wieder recherchieren. Es gab auch in Rumänien ähnliche Fälle. Es gab ja im Grunde genommen auch vor ein paar Jahren einen Fall in Berlin, wo ein Saunaclub gebrannt hat, wo auch Notausgänge nicht richtig waren. Da gab es halt weniger Tote. Das ist deshalb nicht so ins Bewusstsein gekommen. Aber solche Fälle gibt es immer wieder. Du hast es ja ganz schön dargestellt, wir haben ja zwei Aspekte, die dort zusammenkommen. Wir haben eine nicht hinreichende Situation bezüglich der Rettungswege und haben dann zusätzlich noch ein anderes Risikopotenzial, zum Beispiel Mängel hinsichtlich der eingesetzten Baustoffe, die eben zu einer schnellen Brandausbreitung führen. Und wenn das dann zusammenkommt, dann haben wir wirklich ein riesen Problem auf einmal. Dann kann auch die Feuerwehr nichts mehr helfen, weil wenn die kommt, ist es zu spät. Ja, also kommen dann immer mehrere Aspekte zustande, vor allem auch, was du erwähnt hast, Alkohol, also Beeinträchtigung der Wahrnehmung durch Alkohol oder andere Drogen vielleicht auch. Und dann auch noch, was in Russland der Fall war, die Personen tendieren eher wirklich dazu, das sieht man dort auf den Bildaufnahmen oder Videoaufnahmen tatsächlich den Ausgang zu nehmen, wo die reingekommen sind. Und andere Ausgänge, wenn die auch noch schlecht beschildert sind, wenn die irgendwo versteckt sind, nicht optimal angeordnet sind, dann trägt das auch nur dazu bei, also diese Notausgänge, die jetzt nicht zum Haupteingang dazugehören, die wurden vielleicht nur vom ortskundigen Personal dann wahrgenommen. Ich glaube, ein Aspekt, den hast du jetzt nicht erwähnt, wir können natürlich nicht alle Aspekte durchsprechen, ist, wie verhält sich jetzt dieser Mensch auf der Bühne? In Russland zum Beispiel bei dem Brandereignis, da gibt es Videomaterial zu, da sagt der Moderator dann, meine Damen und Herren, wir brennen, bitte verlassen Sie das Gebäude über die Notausgänge. Also er gibt klipp und klare Anweisungen, er checkt es sofort, was dort Sache ist und unterstützt die Leute bei der Evakuierung, während zum Beispiel anderes Personal eher nicht beigetragen hat und eher sich irgendwie in Luft aufgelöst hat. Hier in Amerika war das ein bisschen anders, oder? Kannst du das nochmal kurz darstellen vielleicht? Wie hat er darauf reagiert? Ja, die haben im Grunde erstmal gar nicht reagiert, die haben ja erstmal zu lange weitergespielt, da hat das ja dann schon eine halbe Minute gebrannt, wenn ich merke, ich habe nur so einen Korridor in dem Fall von 90 Sekunden war schon ein Drittel weg und dann ist es zum kalten Abbruch gekommen im Grunde und dann ist ja gar nichts mehr wirklich passiert von der Seite aus. Man hat dann nur im Hintergrund noch den Feueralarm gehört, es gab jetzt aber kein proaktives Eingreifen, was du gerade geschildert hast, dass jetzt einer mit dem Mikrofon nach vorne geht und sagt liebe Zuschauer aufgrund eines Brandereignis bitten wir sie das Gebäude zu verlassen, was wie auch immer man das macht, muss man überhaupt sagen Brandereignis, gut, da war es jetzt offensichtlich, wenn es jetzt aber außerhalb dieses Raums brennen würde, würde ich vielleicht nicht unbedingt von einem Brandereignis sprechen, das muss man dann halt sehen, aber das ist nicht passiert. Generell zeigt diese gesamte Situation auch, dass sobald die Musik abbricht, man im Hintergrund dieses Fiepen der Rauchmelder hört. Ich glaube, er sagt noch zwischendurch, oh, wir haben ein Problem oder sowas ähnliches, oder? Ja, aber das kann man aber kaum verstehen, da weiß ich jetzt nicht, ob es an den Videoaufnahmen liegt oder ob das daran liegt, dass die Tontechnik schon nicht mehr richtig funktioniert und ich glaube auch, wenn du das Video dir anhörst, das wird natürlich schon von dem Grundschallpegel dort im Grunde genommen übertüncht. Aber was ich für mich dort auch insbesondere mitgenommen habe, ist das Verhalten der Leute im Flur, also nicht in dem Raum selbst, die die Gefahr schon erkannt haben und das ist bei diesem Brandereignis beim Lame Horse auch auf den Videoaufnahmen deutlich zu sehen. Die Leute, die nicht im Zuschauerraum sind, sondern in diesem Vorflur sich befinden, wo auch Möbelstücke und Garderobe ist und so weiter und so fort, die stehen natürlich noch mit ihren Getränken da und es ist Winter, genauso wie beim Brandereignis in Russland gewesen, das heißt, draußen liegt Schnee, man ist nicht angezogen, es ist Kälte, man möchte nicht zwingend in die Kälte ohne Not rausgehen und dann fangen die Leute an zu strömen, man versteht das vielleicht erstmal nicht, was ist denn da los, warum laufen die da alle raus und das ist so eine Gemengelage, bis die, man sieht es auf den Filmaufnahmen finde ich, bis die Leute wirklich realisieren, oh da ist was los, ich muss jetzt auch mit raus, das dauert einfach, also diese psychologische Verarbeitung der Wahrnehmung im Grunde genommen, die bis dann zur richtigen Handlung führt, das dauert auch, das passiert jetzt nicht jetzt auf gleich, selbst wenn man die Flammen sieht, man sieht ja die Flammen, dass die immer größer werden, ja das ist halt wirklich sehr dynamisch und man hat wirklich nur sehr wenig Zeit zu reagieren. Ja das ist das, was du sagst, hat ja auch wiederum zwei Dimensionen, du hast einmal eh eine Variation der Pre-Movement Time bei jedem Menschen, das ist nun mal so, dann hast du aber noch die Situation, dass das initiale Informieren der Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten geschah, die, die im Konzertraum zum Beispiel sind, dort, kriegen das visuell mit, möglicherweise auch über den Geruchssinn, die aber eben nicht unmittelbar in dem Bereich sind, kriegen das nicht mit, wirken dann, wenn es gut läuft, nur als Tropfen in diesem Ausgangsbereich oder führen ja sogar gewisse Gegenbewegungen gegen die anströmenden Menschen aus, weil sie ja nicht wieder rausgedrängt werden möchten. Und das kann dann zu komplett widersprüchlichen Ereignissen führen. Insgesamt ist aber noch ein Thema, was du gesagt hast, wie geht man zum Beispiel auch aus Brandschutz sich mit Veranstaltungstechnik um. Im Grunde genommen muss es dann ja so sein, wenn eine Alarmierung erfolgt, muss eigentlich regelgemäß die Verstärkertechnik abgeregelt werden, sodass eben nicht noch die laute Musik alle Sinne beeinträchtigt. Laute Musik führt ja dazu, dass der Mensch sich darauf konzentriert und nichts anderes richtig mehr wahrnimmt. So funktioniert ja auch ein Live-Konzert. Ist ja auch nichts Schlechtes. Ich gehe auch gerne zum Metal-Konzert, überhaupt kein Thema. Aber das Problem ist, in Deutschland wird es ja teilweise so gemacht, aber hier schien es auch so zu sein, dass da kein Tontechniker Front of House irgendwo saß am Mischpult, der sowas erstmal visuell mitbekommt, weil er die ganze Zeit auf die Bühne guckt und dann abregeln kann. Oder eben automatisiert sowas abregelt. Und das ist natürlich auch ein Aspekt. Die Leute hatten faktisch keine Chance. Vielleicht haben auch viele einfach gedacht, das wäre ein geiler pyrotechnischer Effekt, dass da jetzt die hintere Wand brennt. Wer nicht wie wir als Brandschützer so tief drinnen steckt, nimmt das vielleicht erstmal gar nicht als Gefahr wahr. Natürlich, ja. Also das ist wie so häufig einfach viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen, die zu dieser, ich möchte es sagen, menschengemachten Katastrophe führten. Das hat die NIST auch geschrieben, manmade, definitiv, und hat auch dargestellt, dass es natürlich multikausal ist. Das sind keine Ereignisse, die aus einer einzelnen Handlung resultieren, sondern man sieht ja, es gab ja schon mindestens zwei verurteilte Personen, Querschnitt Personengruppen, einmal den, der die Pyrotechnik gezündet hat und die anderen, die dafür gesorgt haben, dass das Bauwerk so gebaut war, wie es gebaut war. Ja, vielleicht noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du das rauslesen konntest in den Berichten, hat denn das Bauwerk den damaligen Baurecht entsprochen dort oder gab es da auch schon Missstände? Wird das dargestellt oder aufgedeckt? Wenn man recherchiert, kommt man da ganz schnell in Richtung auch der teilweise auffindbaren Prozessakten, Dokumente und da wird darüber diskutiert und ein Teil der Leute sagt, das hätte nachgerüstet werden müssen und ein anderer Teil sagt, nee, nee, da gab es sowas, wie wir es in Deutschland als Bestandsschutz bezeichnen und das hätte man nicht nachrüsten müssen. Also sehr umstritten, auf jeden Fall wohl fehlerhaft war die Verwendung dieses Polyurethanschaums, das war wohl eben definitiv tabu, aber eben zum Beispiel der Bereich Sprinklerung ist mal mindestens umstritten gewesen, ob der hätte nachgerüstet werden müssen. Aber gut, Eugen, wollen wir uns das von dir aufgearbeitete Ereignis anschauen? Ja, sehr gerne. Gut, ich fange erstmal an zu den Eckdaten, wir werden auch ein paar Bilder einblenden, ich erspare Ihnen die erschreckenden Videos, die es dazu auch gibt, weil die sind wirklich mehr als grenzwertig, aber die Bilder werde ich auch beschreiben. Das Brandereignis oder das Objekt, worum es geht, heißt Winterkirsche, übersetzt aus dem Russischen und zunächst einmal möchte ich was zum Gebäude und zum Brand was sagen. Und zwar, es handelt sich um ein multifunktionales Gebäude, überwiegend ein Einkaufszentrum mit circa 23.000 Quadratmeter und mit Kinoseelen im vierten Obergeschoss. Das Gebäude befand sich in Kimerovo, das ist in Russland. Baujahr der Aufstockung, das heißt, das Grundgebäude war eine alte Fabrik und das wurde 2013 aufgestockt. Zum Brandereignis kam es am 25. März 2018 und es gab, wie ich schon gesagt habe, 60 Tote am Ende, davon alleine 37 Kinder und rund 80 Verletzte. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von circa 1600 Quadratmeter aus und der Brand ist im vierten Obergeschoss in einem Kinder-Indoor-Spielplatz ausgebrochen. Zu den Gründen werde ich gleich noch was sagen und in diesem vierten Obergeschoss befanden sich neben diesem Kinder- Kinder-Indoor-Spielplatz auch nochmal drei Kinosäle. So, dann komme ich jetzt mal zu den Brandursachen und weiteren Faktoren. Was war die Brandursache? Es gab einen Kurzschluss oberhalb eines Bads aus Schaumstoffwürfeln. Das heißt, da gab es LED-Beleuchtung und es gab wohl auch dort eindringendes Wasser durch das Dachtragwerk, durch die Dachhaut. Das könnte auch eine der Gründe gewesen sein. Auf jeden Fall geriet diese LED-Beleuchtung in Brand, dann tropfte, das hat man dann durch Untersuchungen im Nachhinein herausgefunden, geriet diese Umhüllung der LED-Beleuchtung in Brand. Es tropfte brennend auf diese Schaumstoffwürfel ab und die gerieten sehr schnell in Brand. Das Bild ist eingeblendet. Das ist tatsächlich vor dem Brandereignis aufgenommen. Das heißt, genauso typische, wie Sie sich das vorstellen können, in so einem Indoor-Spielplatz Schaumstoffwürfel, die dort liegen. Natürlich auch leicht entflammbar. Also im Grunde genommen dasselbe brennbare Material, was auch in den USA zum Unglück geführt hat. Ganz genau, ganz genau, ganz billiger, günstiger Schaumstoff. Und ja, jetzt muss man weitere Faktoren berücksichtigen. Das ist ja immer so ein Konglomerat an Randbedingungen, die dort zu sehen sind. Also die Brandwäldeanlage und die Alarmierungsanlagen, die wurden von der Wartungsfirma im Vorfeld aufgrund von häufigen Fehl- und Täuschungsalarmen abgestellt. Das heißt, bis zum Schluss gab es dort keinen Brandalarm und die BMA hat auch nicht ausgelöst. Und übrigens der Mitarbeiter dieser Wartungsfirma, der die BMA dann abgestellt hat, der war Koch von Beruf und steht momentan immer noch vor Gericht. Das heißt, das Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 2018 hat das stattgefunden. Das läuft auch noch. Dann die Löschanlage. Ich meine, wir sprechen über 23.000 Quadratmeter großes Gebäude. Die Löschanlage gab es aber nicht. Also die Springkleinlage gab es in den unteren Geschossen, aber im vierten Obergeschoss gab es die warum auch immer nicht. Und auch die war händisch abgeriegelt worden, abgeschiebert worden. Genau. Das heißt, auch in den darunter liegenden Geschossen hat die Löschanlage nicht funktioniert. Löschmittel standen nicht zur Verfügung. Die waren zugestellt. Das sieht man hier auch auf dem Bild. Vor den Kästen, wo die Handfeuerlöscher sind und Hydranten sind, stehen Gegenstände, dass man gar nicht an diese Feuerlöscher drankommt. Das hat übrigens ein Mitarbeiter versucht. Das sieht man sogar auch auf den Videoaufnahmen und er hat einfach nicht auf die Schnelle die Feuerlöscher aufgefunden. Er wusste nicht, wo die sind und er wäre auch gar nicht rangekommen, weil die wie gesagt zugestellt waren. Das heißt, Löschmittel standen nicht zur Verfügung. Mitarbeiter wurden im Übrigen, das geht aus den Akten hervor, die ich dann gelesen habe, die wurden nicht in der Handhabung von Handfeuerlöschern unterwiesen. Das berichten die auch mehrfach in den Interviews, die sind ja als Zeugen dann vor Gericht geladen. Das geben die dann auch Kund, auch in den Medien, dass die nicht unterwiesen wurden. Zur schnellen Brandausbreitung haben auch unter anderem nicht nur natürlich der Schaumstoff beigetragen, sondern auch Luftströmungen, weil Brandmeldeanlage hat nicht funktioniert und dem zufolge lief die Lüftungsanlage zum Beispiel munter weiter und hat dann auch die Brandgase überall im Gebäude verteilt. Dann noch mal was wirklich erschreckend ist bei diesem Brandereignis. Wir hatten insgesamt fünf bis sechs notwendige Treppenräume oder Möglichkeiten aus diesem vierten Obergeschoss rauszufliehen. Wir haben es ja hier eingeblendet und von diesen fünf, bleiben wir mal bei den fünf, waren aber vier versperrt. Das heißt, die Türen waren dort tatsächlich blockiert und man sieht es auch in den Bildaufnahmen der Staatsanwaltschaft. Die Treppenräume waren zum Teil auch mit Möbelstücken, mit älteren Möbelstücken zugestellt. Das heißt, faktisch stand ein einziger Flucht- und Rettungsweg zur Verfügung. Das ist hier im oberen Bereich B3 war das also lange, also bei der Fläche einfach lange lauffähige einfach und ganz wenige Notausgänge. Es ist übrigens auch so, dass manche Personen natürlich in Richtung Notausgang gelaufen sind, wobei da schon stark verraucht war und da die Tür nicht aufging von diesem Notausgang, sind die dort auch vor diesem Notausgang verstorben. Ja, es gab natürlich, oder was heißt natürlich, weil eben so wenige Fluchtweg Kapazitäten zur Verfügung stehen, dann entsprechend auch Staus während der Evakuierung auch auf den darunter liegenden Geschossen. Ja, und vielleicht auch nochmal eine Randbedingung in den Geschoss da unten drunter. Gab es im dritten Obergeschoss gab es ein Kontaktzo. Und bei diesem Brandereignis sind neben den Menschen auch alle Tiere von diesem Kontaktzo umgekommen. Zu den Schäden, das hatte ich ja schon gesagt, 60 Tote, davon alleine 37 Kinder, die waren bei Vorstellungen, bei Zeichentrickfilmen, die dort aufgeführt wurden. Und die Erwachsenen waren zum Teil woanders. Unter anderem war dort eine Schulklasse angereist, um dieses Kino zu besuchen und die Lehrerin wollte sich diesen Film nicht anschauen, ist dann shoppen gegangen oder war dann im Eiskaffee und dementsprechend waren die Kinder, diese Kinder speziell unbegleitet und hatten im Grunde genommen auch dann kaum eine Chance. Die Ruine des Gebäudes wurde inzwischen abgetragen, da war nichts mehr zu retten und jetzt vielleicht zu den Gründen der Brandkatastrophe. Wir werden Ihnen auch ein paar Bilder verlinken. Im Grunde genommen kann man sich vorstellen, ein sehr heftiges Brandereignis, auch dort wurden falsche Baumaterialien verwendet. Die Bauaufsicht hat da definitiv geschlafen und nicht aufgepasst, was dort an Baustoffen verbaut worden ist. Es gab zahlreiche Mängel beim Bau, das heißt Verwendung von falschen Baustoffen auf jeden Fall, Nichterfüllung elementarer Brandschutzvorschriften, ich hatte ja ein paar schon erwähnt, sprich versperrte Flucht- und Rettungswege, was auch einer der Gründe ist, definitiv, das muss man sagen, ist die Korruption, das heißt die Behördenvertreter davon sitzen einige jetzt auch auf der Anklagebank, haben die Augen einfach verschlossen, haben zum Teil Abnahmen durchgeführt oder Kontrollgänge durchgeführt am Schreibtisch, das heißt die sind gar nicht rausgekommen, sondern haben allein aufgrund der fingierten Aktenlage beurteilt. Nicht funktionierende Alarmierungstechnik oder Anlagentechnik im Allgemeinen, es ist auch relativ schnell dazu gekommen, dass dort die Beleuchtung ausgefallen ist, auch Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung gab es nicht wirklich. Also man hat im Grunde genommen an dem Gebäude gespart, an der Sicherheit insbesondere, wo es nur ging, man hat davon da definitiv auch Grenzen überschritten. Fragwürdige Brandverhütung schauen hatte ich ja schon erwähnt und es gab auch Mängelberichte, die da erstellt wurden, man hat also auch Brandschutzmängel festgestellt, aber mit diesen Brandschutzmängeln ist einfach nichts weiter passiert, das heißt, die wurden nicht weitergegeben und die Mängel wurden nicht wirklich abgestellt. Es gab auch teilweise Fehlverhalten des Personals, also der Evakuierungshelfer. Es ist halt manchmal so bei solchen Ereignissen, dass da Heldentaten, möchte ich mal das nennen, vorkommen, dass Leute fast ihr Menschenleben aufs Spiel setzen, um andere zu retten und andere versuchen, nur die eigene Haut sozusagen zu retten, obwohl die Evakuierungshelfer sind. Man hat aber bei der Untersuchung auch unter anderem festgestellt, dass die Feuerwehr Fehlentscheidungen getroffen hat und zwar ganz konkret wird einem Zugführer, so könnte man das nennen, vorgeworfen, ein Vater eines Kindes, was im Kinosaal war, ist auf den Feuerwehrmann zugekommen, auf den Zugführer und hat ihm wirklich detaillierte Informationen gegeben, weil er kannte sich in dem Objekt auch aus. Er hat ihm gesagt, ich weiß, wo die Kinder sind. Er hat berichtet, dass dort sehr viele Kinder und generell Personen sich in den Kinosaalen noch aufhalten und er hat ihm gesagt, ich kenne den kürzesten Weg oder den besten Weg und war auch bereit mit ihm oder ist mit ihm, das sieht man auf den Videoaufnahmen wirklich dahin gelaufen. Unglücklicherweise haben die auf dem Weg dorthin einen Hauswart getroffen und dieser Hauswart hat den Feuerwehrleuten einen anderen Flucht- und Rettungsweg vorgeschlagen. Die sollten dann einen weiter entfernten Treppenraum nehmen und in diesem Treppenraum sind die Feuerwehrleute nicht weitergekommen, sprich, weil dort Möbelstücke standen und weil Türen versperrt waren und so haben die letztendlich sehr viel wertvolle Zeit verloren und konnten dann entsprechend weniger Leute retten. Man hat auch letztendlich seitens der Feuerwehr nicht die optimalen Prioritäten gesetzt. Man hat am Anfang gedacht, dass man erstmal mit der Brandlöschung startet und hat erstmal nicht an die Evakuierung der Leute gedacht. Also einige Fehler, zumindest die im Raum stehen. Abschließend wird das Gericht klären. Jedenfalls ist dieser Zugführer auch jetzt auf der Anklagebank. Was auch noch sehr erschreckend ist, die Personen waren in dem einen Kinosaal gefangen und es gibt Tonaufnahmen und auch Bildaufnahmen, die Leute, auch die Kinder, haben bis zuletzt versucht, ihre Angehörigen anzurufen oder haben ihre Angehörigen angerufen oder auch teilweise erreicht oder auch die Hilfe leistende Stellen angerufen, kontaktiert, regelrecht um Hilfe, gebeten, gewimmelt im Grunde genommen, geweint, man möge die retten und haben beschrieben, wo die sind und das war aber dann auch zu spät. Also die waren, befanden sich lebend ungefähr 30 Minuten ab dem Beginn des Brandereignisses haben die noch in diesem Kinosaal, in dem einen Kinosaal ausgeharrt. Ja, zu den Folgen des Ganzen, kurz, Gerichtsverfahren läuft noch, es sind insgesamt ca. 16 Personen angeklagt, natürlich Betreiber des Objektes, aber auch Behördenvertreter, Feuerwehrangehörige, Wartfirmen, die Brandwäldeanlagen und sowas gewartet haben, also Investoren des Gebäudes im Grunde genommen. Es gab auch politische Konsequenzen, so kann man übertragen sagen, der Ministerpräsident dieses Bundeslandes dort in Russland musste zurücktreten von seinem Amt. Ja, dann wurde im Zuge der Ermittlungen auch analysiert, welche Vorschriften eigentlich galten und welche davon überhaupt eingehalten wurden und da hat man festgestellt, also die normative Basis ist eigentlich ganz gut, aber eben von den Verantwortlichen nicht umgesetzt worden. Das heißt, es ist eigentlich klar, wer was zu machen hat und diese Schritte wurden aber nicht umgesetzt, nicht durchgeführt letztendlich. Daraufhin wurde zum Beispiel die Dichte der Kontrollen erhöht und teilweise wurden die Vorschriften angepasst. Man hat das Ganze sehr detailliert untersucht, auch dort gab es Evakuierungssimulationen und auch Brandverlauf Simulationen, um einfach das Ganze gegenüber zu stellen, sprich man hat geschaut, zu welcher Zeit waren denn die Ausgänge blockiert durch eben Rauchgase oder erhöhte Temperaturen und so weiter und wie lange hätte die Evakuierung gedauert und da hat man mehrere Varianten untersucht und zwar erstmal die Variante wie es tatsächlich war, dann unterschiedliche Varianten, wenn die Brandalarmanlage funktioniert hätte und die Alarmierungsanlage losgegangen wäre, aber vier von den fünf Notausgängen blockiert wären, auf welche Evakuierungszeiten wäre man dann gekommen, dann hat man natürlich auch die Variante untersucht, wenn mehrere Notausgänge zur Verfügung gestanden hätten, also wirklich mehrere Variante, letztendlich ist man dann zum Ergebnis gekommen, ja, damit wirklich es funktioniert hätte, sauber, selbst bei diesem heftigen Brandereignis, hätten natürlich die Anlagentechnik einwandfrei funktionieren müssen und auch die Evakuierungswege, die sind natürlich sehr entscheidend für das Ganze, bei der Masse an Menschen, die dort vorhanden waren, wie viele genau, weiß man natürlich nicht, weil das ist ein öffentlich zugängliches Gebäude, selbst in den Kinosälen, gut, dann hat man die Tickets, da kann man das in etwa abschätzen, ziemlich genau, aber zum Beispiel Indoor-Spielplatz oder andere Bereiche des Objektes, Einkaufszentrum, da weiß man einfach nicht genau, wie das dort aussieht, wie viele Personen da tatsächlich waren. Insofern sind die Ermittler und vor allem diejenigen, die das Gebäude simuliert haben, die sind von der maximalen Personenbelegung des Objektes ausgegangen. Es gibt zahlreiches Bildmaterial zu diesen Brandereignissen, sowohl Außenaufnahmen wie auch Kameras, die im Inneren des Gebäudes waren, wo man die Videoaufnahmen gesichert hat natürlich. Und jetzt komme ich auch schon mal zu den Learnings. Und zwar, wir haben es hier heutzutage mit modernen Gebäuden zu tun, wo einfach unzureichender Brandschutz sehr schnell dazu führen kann, dass diese Gebäude, ich nenne das jetzt einfach mal so drastisch, zu einem Massengrab werden können. ganz schnell. Und was ich einfach wahrnehme, dass bei uns in Deutschland zum Teil gesagt wird, ja, ja, also in Südamerika, in Russland, irgendwo in Osteuropa kann das alles passieren, aber doch nicht bei uns. Und dem möchte ich hier an der Stelle einfach widersprechen. Vielleicht ist die Situation bei uns besser, aber auch bei uns gibt es Missstände, auch bei uns gibt es menschliches Fehlverhalten, auch von den Verantwortlichen. Insofern, man sollte nicht immer nur auf die anderen mit dem Finger zeigen und sagen, bei uns ist alles super, sondern versuchen, aus diesen schrecklichen Brandereignissen zu lernen. Und was für ein Learning ich außerdem noch für mich mitnehme, speziell aus diesem Brandereignis, in dieser Winterkirche, in diesem Einkaufszentrum, und zwar mittlerweile gibt es überall Smartphones, es gibt Videotechnik, Überwachungskameras und diese Bildaufnahmen oder Videoaufnahmen lassen zu, dass sekundengenaue das Ganze rekonstruiert werden kann. Das heißt, die Brandereignisse können zum Teil wirklich sekundengenau aus unterschiedlichen Blinkwinkeln rekonstruiert werden. Das ist insofern von Vorteil, dass wir lernen können daraus im Nahen hinein, aber auch, das muss man dazu sagen, daraus können auch Hinweise zum individuellen Fehlverhalten von Leuten abgeleitet werden. Das spielt dann bei der Urteilsfindung auch eine Rolle. Einfach, wenn Evakuierungshelfer einfach das Falsche tun beispielsweise oder Feuerwehrleute, dann kann das durchaus Konsequenzen haben. Ja, das war im Schnelldurchgang zu diesem Brandereignis. Und ja, ich finde, wie gesagt, wir sollten daraus alle lernen und den Brandschutz insbesondere die Mängel im Brandschutz nicht auf die leichte Schulter nehmen. Absolut. Das ist, glaube ich, das Hauptlearning. Auch unsere sehr niedrigen Zahlen von Brandopfern pro Jahr im Vergleich zum Beispiel zu anderen Schadursachen wie im Straßenverkehr, können wir nur dann aufrechterhalten, wenn wir wirklich stetig daran arbeiten. Das ist halt kein Selbstläufer. Gab es, vielleicht weißt du das, unter den Einsatzkräften auch Opfer, weil wenn man sich teilweise so die Bilder anguckt, die Zerstörungen dort sind ja wirklich erheblich. Das ist ja eine komplett ausgebrannte Brandruine. Da ist ja auf Deutsch gesagt, kein Stein auf dem anderen geblieben. Nein, da gab es soweit mir bekannt keine Opfer. Es war wirklich heftig. Ich meine, am Ende sind die gar nicht mehr ins Gebäude reingegangen, sondern haben von außen Wasser draufgegeben. Das vierte Obergeschoss war eigentlich komplett abgebrannt. Die Decke, das ist eine Metallkonstruktion dort gewesen. Das heißt, die Träger haben auch relativ schnell nachgegeben. Das Dach war dann im Grunde genommen schnell offen. Man kann sich das ja vorstellen, man sieht es ja auch auf den Bildern, Einkaufszentrum plus Kinoseele, Indoor-Spielplatz. Es gab recht wenige Fensteröffnungen dort. Und insofern sind die Rauchgase erst mal, weil auch die Entrauchungsanlage nicht funktioniert hat, erst mal im Gebäude geblieben. Das heißt, das Tragwerk wurde stark beeinträchtigt. Da war einfach relativ schnell nichts mehr zu machen. Was will man auch machen, wenn falsche brennbare Baustoffe verbaut wurden? Das kann man eigentlich mit nichts mehr ausgleichen, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube, die Bilder, die sollten sich die Zuhörer und auch Zuschauer, wir verlinken die ja noch mal anschauen. Es ist im negativen Sinne eindrucksvoll, wie dort die stehlenden Tragwerke durch die Brandbeaufschlagung diffamiert wurden. Das sollte dazu führen, dass man deutlich mehr Respekt davor hat, hier richtig zu bemessen, aber dann eben auch gerade thermisch bedrohte Bauteile, wie zum Beispiel solche Stahlträger, auch wirklich sauber zu schützen und nicht nur optisch zu kaschieren. Also das ist schon ein sehr schlimmes Beispiel. Eugen, dir vielen Dank für die Analyse dieses Vorfalls, dieses Großschadensereignisses. Ich finde, man kann aus beiden Brandereignissen auf jeden Fall eines mitnehmen, die sind im Regelfall multikausal, also die Brandursache mag ja noch monokausal irgendwo sein, aber die Schäden an sich, die nachher daraus resultieren, insbesondere die Personenschäden, sind meistens eben wirklich durch verschiedene Dinge, die zusammenwirken, ausgelöst. Wir haben ja hier ähnlich wie in den USA beim Station Nightclub Fire die Variante, wir haben bauliche Mängel, falsche Baustoffe und so weiter. Wir haben anlagentechnische Mängel, hier ganz offensichtlich, hier waren Anlagen abgeschaltet, zwei relevante Anlagen abgeschaltet, die Meldeanlage abgeschaltet und die selbsttätige Löschanlage abgeschaltet. Das geht gar nicht, dass auch selbst wenn etwas abgeschaltet werden muss, dass in so einem Bereich während des laufenden Vollbetriebs stattfindet, dann offensichtlich sogar dauerhaft und auch noch zwei solche relevante Anlagen gleichzeitig abgeschaltet sind. Das ist ja mehr als doppelt so schlimm und dann natürlich noch organisatorische Mängel. Und was du gesagt hast, dann hat möglicherweise die Feuerwehrfehler gemacht, das können und wollen wir nicht beurteilen, dann haben aber auch die abwendenden Kräfte keinerlei Möglichkeit mehr, wenn der vorbeugende Brandschutz in allen Säulen versagt hat irgendwo, dann rettet man das einfach nicht mehr. Genau, genau, das muss man dazu sagen, also die Feuerwehr kann unmöglich diese Fülle an Mängeln ausgleichen, das ist auch gar nicht die Aufgabe der Feuerwehr. Im Grunde genommen muss man das natürlich im Vorfeld, wenn man sozusagen die Handlungen der Feuerwehr beurteilt, das ist sicherlich von dem Richter dann sehr, sehr schwer, stelle ich mir das vor, man muss das im Vorfeld betrachten, sozusagen in welchem Setting diese Feuerwehrleute agiert haben und auch Menschen noch gerettet haben. Da hat sich dann, das muss man sich mal vorstellen, vielleicht nochmal kurz, ein Vater mit zwei Töchtern saß in diesem Kinosaal und die haben dann aus dem Kinosaal rausgeschaut, die Fluchtwege waren aber schon stark verraucht, dass die sich dann nicht rausgetraut haben, das heißt, die sind dann in diesem Kinosaal sitzen geblieben, sind dann nach vorne in den unteren Bereich gegangen alle und dann strömten aber die Rauchgase dennoch rein und die beiden Töchter haben das Bewusstsein verloren und in einer Verzweiflungstat hat dann der Vater sich auf diesen verrauchten Flur doch getraut, wo im Grunde genommen schon alles verloren war aus seiner Sicht und der konnte dann nur wenige Schritte sich bewegen und ist dann umgekippt, umgefallen, hat das Bewusstsein verloren und die Feuerwehrleute sind über ihn gestolpert, haben ihn dann rausgezogen und auch als einzigen Überlebenden aus diesem Kinosaal dann gerettet und dabei hat der Mann eben zwei seiner Töchter verloren in dem Kinosaal Ja, das ist grausam, genauso grausam ist es auch, dass aus dem Kinosaal sich noch Menschen telefonisch von ihren Angehörigen verabschieden konnten, das möchte glaube ich keiner erleben und ich glaube das kann auch keiner verarbeiten im Nachhinein insgesamt wir wollen ja das jetzt hier nicht so nur negativ stehen lassen wobei natürlich die Brandereignisse definitiv negativ sind da brauchen wir gar nicht zu versuchen das schön zu reden und das haben wir auch in keinster Weise vor ich ziehe für mich persönlich die Lehre daraus dass so etwas natürlich auch für uns als vorbeugende Brandschützer ein hohes Maß an Motivation bedeuten kann dass wir einfach schon eine Aufgabe haben die wichtig ist dass es sich lohnt auch darauf immer wieder zu pochen dass Dinge nicht nur regelkonform gemacht werden sondern eben auch technisch funktionierend gelöst werden es ist ein schwieriges Thema wir müssen eben auch gerade dieses Zusammenspiel beachten Eugenus ist so schön dargestellt mit den verschiedenen Aspekten die in der Summe nachher zu diesem Problem in diesem Ausmaß geführt haben also wie gesagt ich nehme ich persönlich nehme aus diesen beiden Fällen mit dass das ein Desaster ist für alle Betroffenen egal in welcher Form auch für die eingesetzten Rettungskräfte und Brandursachen ermittler und so weiter sich später damit auseinandersetzen mussten das ist auch für die eine Riesenbelastung aber es sollte eben halt eine Motivation für uns alle sein weiter daran zu arbeiten dass es eben dazu nicht kommt und gerade hier im doch vergleichsweise reichen Teil der Welt haben wir eben auch einfach viele Möglichkeiten dass teilweise Investitionen nicht getätigt werden weil man sie nicht möchte das ist eine Sache aber naja das darf eben niemals das Motto des Handelns sein genau ich denke das ist wichtig was wir heute hier gemacht haben um auch diese erschreckenden Brandereignisse darzustellen in der Öffentlichkeit zu diskutieren und ich denke wir sollten hin und wieder mal zu diesem Thema zurückkehren und Brandereignisse darstellen erläutern was wir dazu herausgefunden haben damit den Leuten das nochmal vor Augen geführt wird was wir ja eigentlich im Brandschutz machen wofür das Ganze ist und warum man doch wirklich auch gegenüber seinen Auftraggebern als Brandschutz Sachverständiger den Standpunkt vertreten muss bestimmte Investitionen zu tätigen auch wenn das teilweise sich um große Summen handelt klar sind das häufiger große Summen aber dann sind das im Regelfall ja auch größere Gebäude die einen größeren wirtschaftlichen Wert auch für den Eigentümer Betreiber haben also dementsprechend sollte man dann im Zweifel auch das Geld ausgeben aus brandschutztechnischer Sicht muss man es halt ausgeben Ja Eugen dir vielen vielen Dank für diese interessante Folge im weiteren Verlauf wie du schon gesagt hast werden wir ja von Zeit zu Zeit mal so etwas weitermachen weil es ja nun eben wie gesagt schon ein spannendes Thema ist nächste Folge wird ja wieder eine normale Folge ich würde vorschlagen wir gucken wir uns mal so überschlägig um den Leitfaden Ingenieur Methoden Ja gerne gerne das ist ja ein Bereich der auch bei unserer Umfrage stark nachgefragt wurde und ich denke mal wir sollten jetzt im ersten Schritt da mal so einen Überblick erarbeiten was steht da drin und so weiter und noch nicht auf einzelne Methoden im Detail eingehen das wäre ja ein bisschen zu viel glaube ich auch für dieses Format Genau ein Überblick erstmal und das wäre wichtig auch ich bedanke mich bei dir Carsten für deine Ausführungen für deine Fragen Anmerkungen und bei den Zuhörern Zuschauern natürlich auch dass die sich diese Folge angehört und angesehen haben Also bleibt uns nur alles Gute zu wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg im Brandschutz wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal ich wünsche Ihnen viel Spaß Eugen ich denke du schließt dich an Genau Dankeschön dass Sie dabei waren alles Gute bis dahin Tschüss Tschüss Tschüss